Und hier Nimm sofort die Hände hoch Runter auf den Boden So, dann haben wir wahrscheinlich einen Einbrecher gesucht Sofort runter auf den Boden, Polizei Sind festgenommen Moin und Recht herzlich willkommen hier zurück zu einem weiteren Video Heute sind wir mal mit dem T6.1 der Polizei Dresden unterwegs von DFL Ein sehr schönes Fahrzeug, wie ich finde Ich habe sogar gerade eben herausgefunden, dass es hier drinnen sogar leuchtet Das hat man nicht bei vielen Fahrzeugen So, auf jeden Fall haben wir schon einen Satz Und zwar geklaute Karre Ein Ex-Exam-Modell-Exampler Ich weiß nicht genau, was es ist Das ist das Problem Das ist aber irgendwo hier, nenne ich von mir hier rechts Oha, richtig Äh, ist bestimmt der hier vorne, ne? Ne, hier rechts, achso Bitte einmal rechts ranfahren da vorne Ich hole mal eine weitere Unit dazu Äh, warum fahren die bitte mit Mit Dingern Mit dem Horn Dann kann ich schon mal aussteigen Perfekt So, dann frage ich ihn mal warum Servus, einmal ihre Dokumente bitte Sie wollen wir also nicht die Insurance zeigen Das gibt einen Strafzettel Okay, diese Übersetzung Also Ja gut, kleines Problem Wer fährt von den beiden fährt jetzt das Auto Ja, kacke Warte, einmal schnell schauen Ne, hä Das ist so nur eine drinnen Woher kommt der andere Das ist der Na warte, ich habe ja auch eine Lampe Nett Das ist also der Gut Professionelle Polizei am Start Vergessen sie dies nicht Ist das der oder der Das ist Ich kann den nicht unterscheiden Nehmen wir einfach den hier So Äh Da Äh Das Insurance Das gibt einen Eintrag Die Karre ist Geklaut Kriegt ihr hier seine 800 Dollar Strafe Wenn das jetzt falsch ist War das peinlich Gut, ist nicht falsch Perfekt So Hier bitteschön Gerne, gerne Äh Achso Kommen sie bitte aus dem Fahrzeug Sie sind festgenommen Weil sie das Auto geklaut haben Wenn sie es nicht geklaut haben Ja, ist halt so Können sie auf dem Revier klären Alles was sie sagen kann Und wird vor Gericht gegen sie verwendet Wenn sie einen Anwalt wollen Können sie sich einrufen Wenn sie sich kein leisten können Ist halt schlecht, ne So Einmal das Fahrzeug durchsuchen Basketball Perfekt Dann bitte ein Abtransport Für den Wagen Und Wir sind dann schon wieder Ten four Hätte ich gesagt Aber wir sind ja in Deutschland Also sind wir einsatzbereit Da fährt schon der Abschlepper Würde ich sagen Sehen wir uns beim nächsten Einsatz Und Ja Bis gleich So Als nächstes sollen wir Jemanden verhaften Jack Bull Wohnt wohl hier oben In Weinburg Und Soll ich mal nach dem netten Herrn schauen Und ihn am besten auch gleich mitnehmen Wenn er hier ist Äh Der ist gesucht in Bewaffneten Fällen Deswegen gehe ich mal mit Waffe vor Weil ich weh ja nicht Dass er Mich abschießt Oder Oder wenn er mich abschießt Dann werde ich mich wenigstens wehren Mal gucken Ist er das Hallo Och ne Nicht weglaufen So runter auf den Boden jetzt Runter auf den Boden Das ist mir zu blöd Ich hab keinen Bock hinter ihn Herz zu laufen So sind festgenommen Jack Bull Wegen Mehrere Delikte Alles was sie sagen kann Und wird vor Gericht Gegen sie verwendet Wenn sie sich keinen Anwalt leisten können Können sie sich Nein das wollte ich gar nicht Ich wollte es ja eigentlich mitnehmen So hier Ich nehme sie mit Und nehmen Bringen sie jetzt extra In den Knast Seien sie froh Ähm so Wenn sie sich keinen Anwalt leisten können Können sie sich keinen leisten Wenn ihnen Wenn ihnen da Keiner da ist Ist keiner da Und Ja Ach Kollegen wollt ihr den mitnehmen Ja na Das heißt bestimmt Ihr packt das Handy weg Oh Eine Unit bitte Die den Kollegen hier abholt Dankeschön Dann würde ich sagen Fahren wir mal weiter Mit dem wunderschönen T6.1 Da vorne kommen die Kollegen schon Ah auch mit dem T6 Kein Fisch Ne Achso mit dem Bundespolizei T6 So Wir haben schon den nächsten Einsatz Die scheint Achso ne Das ist Knast So Wir sind es beim nächsten Einsatz Na was macht der denn Ja beschwenden sie sich nicht So Der ist mir gerade eben schon aufgefallen Weil er so komisch geworden ist Und jetzt hat er auch noch die Passantenhahn gehobt Dann Kann er mal rechts ran fahren Bitte mal rechts ran fahren Da vorne Polizei Dresden Was machen sie denn hier Ich fahr mal ein bisschen mehr nach rechts So Fahr ich hier mal so hin Dann bin ich auch sicher Gut Das macht man in Deutschland eigentlich nicht so Aber In Deutschland Kontrolliert man eigentlich auch nicht an der Straße So Dankeschön für die Papiere Ich werde es immer schnell überprüfen Und daher Mal schauen was der auf dem Cap holt hat Irgendwas Wurde das erste mal angehalten Bei deinem Auto ist alles okay Bei ihm ja auch Mann Das wollte ich gar nicht Perfekt Ich wollte nochmal Ja gut Dann kriegt er hier wegen Ja was ist denn das Kerl ist driving Kriegt er dann hier einmal Dann kriegt er Das hier So Ja sie können ruhig weiterfahren Aber nicht In mir halt Ne So dann kriege ich einmal 200 Euro von ihnen Dann dürfen sie ihn mit einer Verwarnung weiterfahren Schönen Tag noch Der erste heute den ich nicht verhaftet habe Das ist eine gute Quote Mal schauen kommt bestimmt noch einer dazu So und äh Ja Dann sehen wir uns wieder beim nächsten Einsatz oder was auch immer Auf uns zukommt Bis gleich So Wie es ausschaut Gab es da hinten einen Unfall Einen Head and Run Also Mit Fahrerflucht Mach ich mal mein Blaulicht an Und sichere das hier ab So Schauen wir mal Guten Tag Niemand da oder was Ah da Jeff Was passiert hier Alles ok Ja Ist ok Ist jemand ist zu meinem Auto gefahren und Ist dann weggefahren Ah ok Haben sie irgendwelche Animation Genau Information Achso Die Lizenz haben sie der Nummer Gegeben An PR Has located Wurde located Wünsche ihnen noch Schön Dach Und Sie können gehen Aber Ich werde die Anderen erstmal Suchen So Auf dem Golffahrt Wie schade Dann muss ich ja da hinten reinfahren Dann werde ich mal Stulle geben Dass er jetzt ernsthaft mit nur einer Tür Mit nur einer Tür fährt Das kann ich ja gleich glauben Würde ich niemals machen Klar Mache ich manchmal in myp Oder In GTA Aber Ja Perfekt So Also Einmal hier So Dann bitte einmal hier lang Dann fahre ich auf dem Golfplatz Was holen sie da hinten So ist ein Alarmanlage Einmal hier drauf Und dann Dürfen sie so hin und nicht fahren Also dürfen wir die jetzt schon festnehmen Haben nämlich gerade gerammt So Herr Nuss Polizei Sofort Beides Sofort Ich meine es ernst Hier sehen sie wie Ernst Das ist meine Was macht er denn jetzt Anfall oder was Mach es ordentlich Ich nehme mich fest Mir egal Rund auf dem Boden Jetzt Ja die Kollegen brauchen wieder mega lange Die bringen mir rein gar nichts So hier Umdrehen Sind festgenommen Weil sie mich gerammt haben Weil sie Fahrerflucht gemacht haben Ja Deswegen Sie kennen ihre Rechte Falls nicht Alles was sie sagen kann Und wird vor Gericht Gegen sie verwendet Äh Dann werden beide jetzt mitgenommen Welche Fahrzeug mal durchsuchen So ihre Rechte By the way Habe ich ja zur Hälfte nur gesagt Alles was sie sagen Boah kann kein Deutsch mehr Alles was sie sagen kann Und wird vor Gericht Gegen sie verwendet Falls sie sich kein Anwalt leisten können Können sich kein leisten Wenn ihnen keiner gestellt wird Wird ihnen keiner gestellt Ich wünsche ihnen noch einen schönen Tag Tschüss So aus dem Weg Ja den Kollegen habe ich nicht angefangen Ich habe nur die Person angefangen So jetzt fahren wir hier schön auf dem Golfplatz Nochmal eine Runde driften Perfekt Ich gehe erstmal in die Werkstatt Mein Auto reparieren Und Ja Wir sehen uns dann wohl gleich So Bin ich gerade vom Golfplatz runter Haben wir auch schon den nächsten Ein Was fahren sie denn hier zusammen So haben wir schon den nächsten Einsatz Und zwar Haben wir wohl den stillen Alarm Einer Alarmanlage bekommen Da sollen wir jetzt Code 3 anfahren Aber die letzten 100 Meter Oder 200-300 Meter Auch Blaulicht und Sirene ausmachen Damit uns die Einbrecher Falls sie noch dort sind Nicht hören Irgendwie ist hier auch was los Oh das war knapp Perfekt Gut Das war knapp Hab es aber geschafft auszuweichen Perfekt So Also sollen wir Jetzt hier hinfahren Und Mach ich hier schon mal das Blaulicht aus Damit die Einbrecher das auch nicht sehen Weil wenn Dann wollen wir die auch gleich verhaften Könnte auch ein Fehler sein Wir wissen es nicht Wir fahren an Als wäre es ein richtiger Alarm Ähm Oh da steht jemand Oh Ich bin nicht gefahren Guten Tag Hallo Sind sie der Besitzer des Haus Haben sie den Alarm ausgelöst So die Batterie ist gestorben Und Sie wollte in ihr Haus Oder so So Ja kann ja mal passieren Das ja Nur ein Mistake Wir prüfen sie einmal Also perfekt Jetzt habe ich hier Den Ausweis ja gar nicht gekriegt So Einmal den Ausweis bitte Einmal den Ausweis Ja sehr 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 Dankeschön So Grand Theft Auto Arrest Dann Äh Kriegt sie hier gar nichts Aber Ich mache mal das Blaulicht an Und Sie nehmen sofort ihren hoch Sofort runter auf den Boden Hier ein Warnschuss Ich werde es jetzt festnehmen Machen sie keine falsche Bewegung So Also Heute richtig schlechte Quote Ich verhafte gefühlt nur Leute Also Alles was sie sagen kann Und wird vorgeregt Gegen sie verwendet Äh Sollten sie ein Woke Hä Kommt die beiden Da sind jetzt zwei drin Hallo 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 Hä Irgendwie ist jetzt aus Zwei Personen Einer geworden Per Ne Aus einer zwei Und wow Perfekt Der Einsatz ist also Code 4 Gut Kann ich nicht verhaften Auch nicht anfangen Schade So Also Ich werde mal schauen Was so reinkommt Und Wir sehen uns bis gleich So Da haben wir schon den Perfekt Ja kannst du ein Stück zurück rollen Ist mir egal So Gucken sie mal bitte Ob sie dem helfen können Also die Medics So ich hoffe So dann los 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 Mal gucken was sie schafft Wäre ein bisschen doof wenn ich dem jetzt Kommt der Kollege Kannst abrücken Kannst abrücken Die stehen ja einfach immer noch Schon seit fast einem Game Tag Also seit über 40 Minuten Oh gut Das ist schlecht Das ist richtig schlecht Der Typ ist einfach verstorben So eine Corona Unit bitte Und einen großen Todtruck für den Wagen des Herrn Der verstorbenen Person So und dann fahren wir jetzt wirklich mal zum Einsatz Und zwar zum Zur Festnahme Wie es ausschaut Zu Michael nach Hause Mal gucken Ob das funktioniert Oder ob da irgendwas schief geht Ich werde Halshow Was machen wir dann Ich werde mal schauen Ich hoffe das geht So ich mache mir hier das Blaue ich aus Wie ich ausschaut Sollen der schon Kollegen sein oder so Ich werde mal hier reinfahren Was nicht geht Perfekt Werde ich mich mal hier vor die Tür stellen Und irgendwie Hinten reingehen Werde ich mal hier über die Türe klettern Werde mal die Waffe rausholen Für meine eigene Sicherung Dann werde ich hier schauen Ob hier irgendjemand ist Hier soll wahrscheinlich In irgendjemandem Garten sein Ich dachte da ist jemand Oh Schöner Pool So Wo soll ich Nie jemanden festnehmen Im Haus Ja da komme ich gar nicht rein Oder Komme ich da rein Ich komme mir doch gar nicht rein Oder Ohne meinen Zaubertrick Komme ich hier gar nicht rein Zaubertrick Ich bin jetzt gestürmt Also Ich habe mich hier nicht rein Jetzt auch Ich bin gestürmt RP Oh Ups Wollte gar nicht schießen Mal gucken So hier Tür auf Hier ist niemand Hier geht kein Zimmer rein Hier wohnt Jimmy Hier ist auch nichts los Und hier Nimm sofort die Hände hoch Runter auf den Boden Sondern haben wir wahrscheinlich Einbrecher gesucht Sofort runter auf den Boden Polizei Bin festgenommen So Sie kennen ihre Rechte Ne gut Also alles was sie sagen kann Und wird vorgericht gegen sie verwendet Ähm Wenn sie einen Einwalt möchten Können sie sich einen besorgen Wenn sie sie keinen kennen Wird ihnen einer gestellt Wenn ihnen keiner gestellt wird Weil keiner da ist Dann wird ihnen halt keiner gestellt Weil keiner da ist Alles was sie sagen Wird halt vorgericht gegen sie verwendet Also sagen sie nichts falsches Ähm Ich nehme sie jetzt Warum ist hier blaulicht Kollegen machen wieder blaulicht Perfekt Gut hier komme ich nicht rüber Problem Wo warte ich Glitchi dafür Na kann ich sie durch die Wand glitschen Ne schade Dann zauber ich sie auch nochmal hier Hop Klack Zauber ich hier auch nochmal Dann hole ich hier für sie Einen Kollegen Der sie abholt Die können hier runter auf den Boden knien Die Kollegen fahren schon wieder mit Mit Drucklufthorn an Perfekt So Und Dann würde ich sagen Was ist mit der heutigen Folge LSPDFA Wenn es euch gefallen hat Like und Abo nicht vergessen Wenn ihr das Auto haben wollt Kommt bei DFL auf dem Discord Da stehen alle Infos Wie ihr es kriegt Und Like und Abo nicht vergessen Habe ich schon gesagt Ich glaube schon Ja das habe ich bestimmt schon gesagt Da kommen die mit dem Bundespolizeiwagen Falls ihr die Folge noch nicht gesehen habt Könnt ihr die gleich hier nachschauen Ich Falls ich schon denke Verlinkt ihr euch sie hier Und Ja Wir sehen uns beim nächsten Mal Ciao Euer Symax You shit You know that Ich bin Ja Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Und Ich bin Ich bin Ich bin